Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute gehen wir wieder ein bisschen liefern. Und heute haben wir einen speziellen Vlog. Ich muss jetzt Bewerbungen schreiben. Weil wir alle wissen ja nicht, was nach der Krise kommt. Und ich bin lieber auf einer sicheren Seite. Also liebe Chef, Social Media Manager, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mich zu buchen. Bei mir Anfragen, das kommt gut raus, oder? Auch hier war ich ja immer ein bisschen am Arbeiten. Es ist halt immer schön, bei ihm noch vorbeizuschauen. Das ist eine Corvette. Das ist ein Bauplatz. Und da mache ich immer mit den Drohnenbildern, wenn sie so etwas gearbeitet haben. Wieder eine Dokumentation. Da beim Stefan habe ich ja immer ein bisschen gearbeitet, weil das macht richtig Spass, da solche Dinge ein bisschen zu bringen. Weil alle Leute, die mit mir einmal gefilmt haben, waren eigentlich sehr zufrieden. Also immer wieder, oder? Und kennenlernen ist es langweilig geworden oder irgendetwas. Das ist jetzt ein 4-Liter-Sechszylinder. Ein Cheap Wrangler. Danke vielmals, oder? Immer zufrieden mit meinen Aufträgen. Also bitte bewerben. Jetzt könnt ihr mich buchen günstig. Das ist eben die Baustelle, die ich jetzt auch ein bisschen dokumentieren, bis es fertig ist. Also bis heute steht, oder? Jetzt hier offiziell bewerben. Also es ist fast ein Bewerbungsvideo fast. Also ein Vlog, oder? Weil der Laden ist zu, nach wie vor. Wir sind jetzt in der dritten Woche. Und wir wissen nicht genau, wann es aufgeht und was nachher ist. Lieber jetzt eine Stelle suchen, dass wir nachher ein bisschen sicher sind. Und eben, ich komme also daraus bei den Adobe-Programmen. Ich habe InDesign, Illustrator und alles zusammen, habe ich von Grund auf schon früher gelernt. Gerade auch für einen Plakatdruck. Der Laden zu ist und mich halt das veranlassen, wirklich Bewerbungen zu schreiben und das ein bisschen zusammenzusuchen. Und es würde mich sehr freuen, wenn jemand etwas wüsste, wenn irgendeiner einen Job hätte für mich, oder irgendetwas. Am liebsten wäre man etwas mit Filmen, mit Fotos, oder irgendetwas, damit man etwas organisieren kann. Einfach einen abwechslungsreichen Job. Das wäre mein Wunsch. Ich hatte die Sonnenbrille an, weil ich das beim Daily Vlog eigentlich immer habe. Darum, das wäre es einfach schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Danke schön. Bis zum nächsten Mal.